Es ist Juli 2016 und die Suche nach der 23-jährigen Kaylee Sawyer beginnt. Sie hat sich mit ihrem Freund gestritten und ist weggegangen und seitdem wurde sie nicht mehr gesehen. Aber diese Geschichte, die nimmt noch ganz andere Ausmaße an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Time Story. Danke, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Wir haben heute ein ziemlich verworrenes Verbrechen vor uns, über das wir sprechen wollen. Und zwar die Geschichte von Kaylee Sawyer. Aber wie schon gesagt, die Verbrechen im heutigen Video, die enden nicht mit der Geschichte von Kaylee. Sie beginnen damit. Kaylee wird am 2. März 1993 als Tochter von Julie und Jamie geboren, die sie beide endlos lieben. Sich gegenseitig lieben sie nicht ganz so endlos. Sie lassen sich nämlich scheiden, als Kaylee noch ziemlich klein ist. Kaylee allerdings versteht sich gut mit beiden. Beide kümmern sich auch gut um sie. Man kann sagen, Kaylee hat ein wirklich gutes und glückliches Leben. Sie blickt in eine Zukunft voller Möglichkeiten und Potenzial. Sie ist jemand, der alles hat, wofür es sich lohnt zu leben. Und sie wird voll und ganz geliebt. Von ihren Eltern und von ihren vier Brüdern, Zeich, Cody, Jaden und Caleb. Mit all denen versteht sie sich auch super. Und man sagt über Kaylee generell auch, dass sie jemand ist, der Freude am Leben hat, der eine wirklich kreative Ader hat. Poesie, Fotografie, Kunst, all solche Sachen, das sind ihre Hobbys. Und sie lebt das Leben buchstäblich in vollen Zügen. Außerdem ist sie noch ziemlich sportlich. Sie geht super gerne snowboarden. Ihre Familie beschreibt Kaylee als einen der glücklichsten Menschen, den sie kennen. Wir schreiben das Jahr 2016. Kaylee ist 23 Jahre alt. Sie lebt in Bend, das liegt in Oregon. Und sie wohnt zusammen mit ihrem Freund Cameron Reimhofer zusammen. Sie arbeitet als Zahnarzthelferin und gleichzeitig studiert sie noch am Central Oregon Community College. Sie ist glücklich verliebt und eng mit ihrer Familie sowie mit ihrer Gemeinde verbunden. Das alles ändert sich am 23. Juli 2016. Kaylee besucht an diesem Abend einen Junggesellinnenabschied von einer Freundin. Offensichtlich wird die heiraten. Sie fährt erst zum Haus von einer Freundin und dann fahren sie alle zusammen zu diesem Junggesellinnenabschied. Sie gehen dann aus, sie haben viel Spaß, besuchen ein paar Bars, trinken, tanzen, genießen es, jung zu sein und zu feiern. Die Mädels haben also alle eine gute Zeit. Die sind allerdings in einem Club ganz am Schluss. Und da ist auch einer von Camerons Freunden dabei, also von Kayleys Freund. Und der bemerkt offensichtlich, dass Kaylee an diesem Abend mit einem anderen Mann tanzt. Das scheint eine total harmlose Sache zu sein. Man kann tanzen mit wem man will. Klar kann man sich darüber mokieren. Kommt immer auch ein bisschen drauf an, wie die Beziehung so läuft und ob jemand sehr eifersüchtig ist. In diesem Fall müsste Cameron ja nicht mal was davon erfahren. Allerdings, dieser Freund sieht das anders. Er schickt postwendend eine Textnachricht an Cameron. Ich weiß nicht, ob das eine Situation ist, in der man sich unbedingt einmischen muss. Wir kennen allerdings die Vorgeschichte nicht. In diesem Fall allerdings hat das in weiterer Folge ziemlich fatale Konsequenzen. Denn als sich der Abend schließlich dem Ende neigt, da schickt Kaylee eine SMS an Cameron. Sie fragt ihn, ob er sie abholen kann. Sie hat einiges getrunken. Sie möchte nicht mehr mit dem Auto fahren. Er sagt ja, selbstverständlich. Er kommt sie abholen. Aber naja, er ist schon nicht gerade begeistert über das, was er da erfahren hat. Nämlich, dass sie mit einem anderen Kerl getanzt hat. Und somit beginnen die beiden, sich zu streiten. Sie streiten die ganze Autofahrt, so lange, bis sie an der Wohnung ankommen. Das ist so gegen 1 Uhr nachts. Cameron geht rein, aber der Streit ist offensichtlich so weit eskaliert, dass die beiden jetzt ein bisschen Raum und Zeit voneinander brauchen, um sich zu beruhigen. Kaylee zumindest braucht das. Und so bleibt sie noch im Auto sitzen. Ungefähr 10 Minuten später geht Cameron dann aber wieder nach draußen, um nach ihr zu sehen, um mit ihr zu reden, um sie reinzuholen. Er ist ein bisschen beunruhigt. Also 10 Minuten, das sagt mir schon, dass er jetzt nicht mehr so besonders sauer ist. Ging ja dann doch relativ schnell. Er will, dass sie mit ihm ins Haus zurückkommt. Aber als er zum Auto kommt, da ist sie nicht mehr da. Die Beifahrertür ist offen und Kaylee ist verschwunden. Er kann sie nicht finden. Er versucht, sie anzurufen. Sie hebt nicht ab. Er schickt ihr eine Reihe von Textnachrichten, in denen er sie bittet, komm doch nach Hause. Er entschuldigt sich auch dafür, dass er sich so aufgeregt hat. Und er möchte das Ganze klären. Und sie antwortet auch. Sie entschuldigt sich dafür, dass sie sich so aufgeregt hat darüber, dass er sich so aufgeregt hat. Aber naja, sie antwortet nicht auf die Anrufe. Das heißt, so ein bisschen sauer ist sie wahrscheinlich doch noch. Sie schickt ihm eine weitere Textnachricht. Und da schreibt sie, mein Handy wird gleich ausgehen. Also der Akku ist wohl fast leer. Tja, wir wissen nicht, was in Kaylee in diesem Moment vorgeht. Wir werden es auch nie erfahren, denn sie kommt nicht mehr zurück. Cameron allerdings, der findet das erstmal nicht total ungewöhnlich. Offensichtlich waren die beiden schon öfter mal in einer ähnlichen Situation. Aber er ist andererseits schon ein bisschen besorgt, weil Kaylee allein da im Dunkeln herumläuft. Und kurz darauf ist auch ihr Telefon nicht mehr zu erreichen. Wahrscheinlich, weil der Akku leer ist. Das hat er sie ja geschrieben. Aber Cameron scheint ein verantwortungsbewusster Typ zu sein. Er möchte nicht, dass Kaylee hier alleine in den Straßen rumläuft. Er fährt also mit seinem Auto langsam die Straßen ab. Er sucht nach seiner Freundin, aber es gibt keine Spur von ihr und er wird immer nervöser. Der blöde Streit ist für ihn jetzt auch nicht mehr wichtig. Er will nur, dass sie in Sicherheit ist. Und er versucht, sie zu finden. Er fühlt sich schuldig. Er fühlt sich verantwortlich. Und er will sich gar nicht ausmalen, was hier alles passieren könnte. Jetzt, in den frühen Morgenstunden des 24. Juli, da fährt Cameron schließlich zu dem Haus, wo dieser Junggesell in den Abschied gestartet ist. Er fährt dort vorbei. Kaylee ist ja mit dem Auto dorthin gefahren, mit ihrem eigenen Auto. Er möchte jetzt sehen, ob sie vielleicht dorthin gelaufen ist, um das Auto abzuholen. Ist sie aber wohl nicht, denn das Auto ist immer noch da. Es steht dort verlassen in der Einfahrt und von Kaylee ist keine Spur. Cameron wird jetzt panisch. Er hat wahrscheinlich gedacht, dass sie dort beim Auto finden wird oder dass das Auto weg ist und sie auf dem Heimweg ist. Dem ist jetzt aber nicht so. Und so beginnt er, mitten in der Nacht, ohne Kompromiss, Kayleys Familie und ihre Freunde anzurufen und zu fragen, ob irgendjemand weiß, wo sie ist. Aber leider weiß es niemand. Trotzdem wird erst mal abgewartet. Das ist immer so eine Sache, die ist jetzt verschwunden, hier mitten in der Nacht. Einerseits kann man es verstehen, dass man sagt, okay, wir warten noch, ob sie morgen früh heimkommt. Vielleicht hat sie jemanden getroffen. Vielleicht ist sie bei irgendjemandem untergekommen. Bei irgendjemandem, an den Cameron nicht gedacht hat. Vielleicht hat sogar jemand für sie gelogen und gesagt, er weiß nicht, wo sie ist, obwohl sie bei ihm war. Andererseits ist es natürlich so eine Sache, man verschwendet wertvolle Zeit. Und man sollte eigentlich gleich die Polizei verschwinden. Ich hatte diesen innerlichen Konflikt in mir ja jetzt schon öfter in einigen Videos, wenn nicht sofort die Polizei informiert wird. Ich kann es auch total nachvollziehen. Jedes Mal denke ich mir, man hätten die doch gleich die Polizei gerufen. Oder wenn die Polizei nicht reagiert und sagt, wir warten erst mal ab. Wertvolle Zeit wird verschwendet. Ich stelle aber auch fest, dass es meistens im Nachhinein rauskommt, dass es um die Zeit sowieso schon zu spät gewesen wäre. Und so ist das leider auch im heutigen Fall. Wie auch immer, die Familie und Cameron, die warten bis zum nächsten Morgen. Am nächsten Morgen jedenfalls, da telefonieren die beiden nochmal. Also Cameron und Julie. Und Julie, Kellys Mutter, ist dermaßen besorgt. Sie sagt Cameron, okay, du musst jetzt die Polizei anrufen. Du musst sie vermisst melden. Sag Bescheid denen, dass sie nicht nach Hause gekommen ist. Und das macht Cameron auch. Gleichzeitig ruft auch Julie die Polizei an und meldet ihre Tochter vermisst. Vielleicht denkt sie, doppelt hält besser. Vielleicht denkt sie, dass die Polizei dann eher in die Gänge kommt. Vielleicht aber auch traut sie Cameron nicht hundertprozentig. Die erste Person, die verdächtigt wird, ist nun mal der Partner. Er ist derjenige, der sagt, dass Kaylee vermisst wird. Er ist derjenige, der auch zugibt, dass es Streit zwischen ihnen gegeben hat. Es macht also Sinn, ihn sich genauer anzusehen. Unabhängig davon beginnt die Suche nach Kaylee jetzt sofort an diesem Morgen. Denn der Anruf von Cameron und Julie, beide Anrufe, werden sehr ernst genommen. Freiwillige tun sich zusammen, hängen Plakate auf oder durchsuchen die Straßen. Wie gesagt, Cameron wird gleich zu Beginn als Person von besonderem Interesse betrachtet. Er ist aber unglaublich kooperativ und hilfreich und er wird dann auch sehr schnell als möglicher Täter ausgeschlossen. Kayleys Vater und Mutter fragen Cameron ebenfalls, was zwischen ihm und Kaylee am Samstagabend vorgefallen ist. Und er erzählt auch ohne zu zögern die ganze Geschichte. Es war auch wirklich keine große Sache. Groß genug allerdings, um auch der Polizei zu Ohren zu kommen. Und so befragen die Beamten diesen Mann, mit dem Kaylee im Club getanzt hat. Der sagt aus, dass er gesehen hat, wie sie den Club aus eigenem Antrieb verlassen hat und dass sie von ihrem Freund abgeholt worden ist. Mehr kann der auch nicht dazu sagen. Auch das ist seine Sackgasse. Was wenig verwunderlich ist, ich sehe nicht viele Möglichkeiten, wie dieser junge Mann was damit zu tun haben könnte, außer er wäre den beiden gefolgt, was ja jetzt doch nicht sehr wahrscheinlich ist. Erstmal steht die Polizei also vor einer Wand, allerdings nicht lange, denn schon am 25. Juli 2016 gibt es einen großen Durchbruch in dem Fall, als sich nämlich eine Frau namens Isabel Pons bei der Polizei meldet. Sie möchte ein Verbrechen anzeigen und sie ist sehr vertraut mit der Prozedur, denn Isabel ist selbst Polizeibeamtin. Und das, was sie hier zu sagen hat, das fällt ihr bestimmt nicht leicht. Sie berichtet nämlich, dass ihr Mann, der 31-jährige Edwin Lehrer, sich in den letzten Tagen sehr seltsam verhalten hat und dass er erst spät in den frühen Morgenstunden des 24. Juli nach Hause gekommen ist, also von Samstagnacht, dem 23. Juli, bis Sonntagmorgen, dem 24. Juli. Und sie weiß sofort, dass irgendwas nicht mit ihm stimmt. Sie will ihn allerdings nicht drängen, er ist durch seine Arbeit ziemlich gestresst im Moment, das weiß sie, aber sie spürt einfach, dass irgendwas los ist und sie beobachtet ihn erstmal genauer. Der 24. ist jetzt ein Sonntag, die beiden gehen vormittags zur Kirche, sie holen sich dann Pizza zum Mitnehmen, danach gehen sie noch ins Kino. Edwin verhält sich immer noch seltsam, er ist sehr ruhig und auch am Tag danach, also am 25., da sieht er nicht gut aus, als er aufwacht. Isabel ist eine einigermaßen fürsorgliche Partnerin, sie fragt ihn, was los ist, ob er nicht mit ihr drüber reden will, er soll jedoch sagen, was ihn bedrückt. Sie erwartet, dass er Probleme auf der Arbeit hat, die ihn belasten und sie ist auf keine Weise auf das vorbereitet, was er ihr jetzt erzählt. Er sagt ihr nämlich, dass er eine Frau getötet hat, er sagt ihr, er hat diese Frau bei der Arbeit mit seinem Streifenwagen angefahren und dann wäre er in Panik geraten und habe die Leiche versteckt, erzählt er ihr. Mit seinem Streifenwagen, damit es keine Verwirrung gibt, er hat einen Streifenwagen nicht, weil er auch bei der Polizei ist, sondern er ist ein Sicherheitswachmann am College, also sowas ähnliches und auch die fahren diese bestimmten Autos. Und mit dem hat er diese junge Frau angefahren. Und schlimmer noch, danach, nach diesem Unfall, hat er das nicht mal gemeldet, sondern er hat die Leiche einfach versteckt, was natürlich gar nicht geht, schon gar nicht, wenn man das dann einer Polizeibeamtin erzählt, sei es auch noch so privat. Aber noch bevor Isabel verarbeiten kann, was sie da gehört hat, was er ihr da erzählt hat, sie glaubt ihm erst doch nicht, sie sagt auch erst, du lügst doch, das stimmt doch nicht. Sie hat also wirklich Probleme, das irgendwie zu verarbeiten. Da nimmt er aber schon ihre Waffe aus ihrer Handtasche und er sagt ihr, dass er gehen muss. Das Letzte, was er ihr dann noch sagt, ist, dass die Sachen des Opfers im Schuppen sind und dann ist er weg. Isabel ist zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, natürlich absolut geschockt. Sie muss erst mal überlegen, was sie denn jetzt am besten tun soll. Aber eigentlich ist es ihr klar, sie ist eine gewissenhafte Polizeibeamtin und sie muss als erstes im Schuppen nachsehen, um sich Klarheit zu verschaffen. Das tut sie auch und leider muss sie feststellen, dass das alles keine Lüge ist. Es wäre ja auch eine ziemlich seltsame Lüge zugegeben, oder? Daraufhin geht sie also zur Polizei und erzählt dort, was sie weiß. Und die Beamten reagieren auch sofort, nachdem Isabel ihnen all das erzählt hat. Sie durchsuchen das Haus von Edwin und es wird recht schnell klar, dass etwas ganz Schlimmes passiert ist. In seinem Auto finden sie eine weiße Mülltüte mit Stöckelschuhen, eine grüne Handtasche mit einer schwarzen Brieftasche darin, einen Reisepass und auch eine Kreditkarte. Außerdem gibt es einen Blutfleck und mehrere Haarbüschel. Allerdings, ein kleines Detail wäre da noch. Für die Ermittler sieht das nämlich absolut nicht nach einem Verkehrsunfall aus, sondern nach etwas viel Schlimmeren. Abgesehen von diesen sehr besorgniserregenden Gegenständen hat Edwin außerdem in diesem Schuppen noch was anderes aufbewahrt, nämlich ein Klassenprojekt oder ein Schulprojekt über Serienmörder. Also eine ganze Präsentation mit allem drum und dran, mit Postern, mit Fotos, mit Artikeln von Serienmördern und ihren Opfern. Es wird nicht ganz klar, wo das herkommt. Das wird als Klassenprojekt bezeichnet. Also scheint es wohl etwas älter zu sein. Aber das Thema ist natürlich beunruhigend und auch die Tatsache, dass er es so lange aufgebewahrt hat. Er ist jetzt 31 und schon ein paar Tage aus der Schule raus. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt wird die vermissten Suche nach Kaylee zu einer Mordermittlung. Jetzt haben sie ja ihren Ausweis gefunden, denn es war natürlich ihrer, der da im Schuppen von Edwin war. Und die Tote ist ganz offensichtlich Kaylee Sawyer. Die Polizei von Redmond gibt zu diesem Zeitpunkt eine Fahndung heraus nach Edwin und einen Alarm, weil er offensichtlich ja bewaffnet ist. Ich könnte mir vorstellen, dass seine Frau Isabel in dem Moment eher besorgt um ihn ist. Sie hat wohl eher die Gedanken, dass er sich vielleicht selbst was antun könnte. Er hat was Schreckliches getan. Er scheint total neben der Spur zu sein. Sie ist also vielleicht in erster Linie besorgt, dass er sich selbst was antun könnte. Nicht so. Kurz darauf gibt es auch schon den ersten Fahndungserfolg sozusagen. Sein Auto wird gefunden. Es ist verlassen in der Nähe des Hauses von seinem Stiefvater geparkt. Und es wird natürlich untersucht. Dabei findet die Polizei zahlreiche Blutflecken und Haare an der Stoßstange. Was sie allerdings nicht finden, ist eine Information, wo Edwin jetzt ist. Denn der ist über alle Berge. Es ist leider nicht so, dass Edwin jetzt beschlossen hat, unterzutauchen, unter dem Radar der Polizei zu fahren, sich zu verstecken, irgendwie abzutauchen für immer und sich bloß nicht erwischen zu lassen. Nein, er startet jetzt eine Verbrechensserie, muss man schon sagen. Er zieht los, um ein Verbrechen nach dem anderen zu gehen. Und dabei trifft er zum Pech einer jungen Frau auf diese, als sie gerade in ihrem Auto sitzt. Ihr Name ist Andrea Maes. Sie ist 19 Jahre alt. Sie kommt gerade von der Arbeit. Sie hat gerade eine Zwölf-Stunden-Schicht hinter sich. Sie sitzt einfach da und möchte losfahren. Da kommt wie aus dem Nichts heraus ein Arm durchs offene Fenster der Beifahrertür. Dort steht Edwin, er bedroht sie mit einer Pistole und fordert sie auf, zu fahren. Also er steigt ein, bedroht sie mit der Pistole und sagt, fahr los. Den Berichten zufolge reagiert sie nicht wirklich. Also sie wird jetzt nicht hysterisch, sie schreit nicht, sie kämpft nicht. Sie versucht, die Fassung zu bewahren. Das heißt, sie ist verängstigt, aber sie erkennt den Ernst der Lage, in der sie sich befindet. Und Edwin sagt ihr auch ganz deutlich, dass er sie erschießen wird, wenn sie irgendwas versucht, wenn sie auch nur Augenkontakt mit jemandem anderen aufnimmt. Dann würde sowohl sie als auch dieser andere wegen ihr sterben. Also er sagt quasi, es ist nicht nur dein Leben in Gefahr, sondern auch das Leben anderer. Und dann teilt er ihr mit, dass er möchte, dass sie ihn nach Kalifornien fährt. Sie sagt noch zu ihm, hey, komm, nimm doch das Auto, lass mich, du kannst das Auto haben, lass mich doch hier, du musst mich nicht mitnehmen, aber er sagt nein, auf keinen Fall, denn ihm ist natürlich auch klar, in dem Moment, in dem sie aus dem Auto steigt, ruft sie die Polizei und die suchen ihn. Wenn er sie mitnimmt, naja, die Polizei weiß ja nicht, dass er eine Frau gekidnappt hat und dass er sich von ihr nach Kalifornien bringen lässt. Sie fahren also eine Weile, halten aber dann an einer Raststätte mit einem Motel in einer kleinen Ortschaft namens Cottage Grove, immer noch in Oregon, an. Und Edwin sagt Andrea dort, dass sie ihr zu tun muss, als wäre sie seine Freundin. Er will, dass sie keine Aufmerksamkeit auf sich lenken, natürlich. Und sie nehmen sich dort ein Zimmer. Sobald sie in diesem Zimmer sind und Edwin Andrea mit Handschellen an einen Türgriff gefesselt hat, ja, da denkt sie natürlich an das Schlimmste. Er geht aber erst mal unter die Dusche und danach versucht er, sie zu zwingen, zu duschen, während er zusieht. Sie weigert sich, daraufhin bricht er diesen Türgriff ab, an dem sie gefesselt ist. Er wirft sie auf das Bett, er zwingt sie, Schlaftabletten zu nehmen. Er legt sich neben sie ins Bett und fragt sie, ob sie noch Jungfrau ist. Er versetzt sie natürlich in absolute Panik. Ihr ist klar, was jetzt vermutlich kommen wird. Sie hat aber ein bisschen Glück im Unglück zu dem Zeitpunkt, nämlich läutet ihr Telefon. Sie hat damit so ein paar Sekunden Zeit, irgendwie zu überlegen und sich was auszudenken. Er lässt sie natürlich nicht abheben, aber danach sagt sie ihm dann geistesgegenwärtig, dass sie eine sexuell übertragbare Krankheit hat. Das heißt, sie versucht, sich für ihn weniger attraktiv zu machen. Sie hofft, dass ihn das davon abhält, sie zu vergewaltigen. Und das scheint tatsächlich zu funktionieren. Stattdessen sagt er zu ihr, ich habe den Drang, einfach mit meiner Waffe rauszugehen und jeden in diesem Motel zu erschießen. Auch nicht viel besser. Tut er allerdings nicht. Diese Aufmerksamkeit kann er auch gar nicht gebrauchen. Er steht plötzlich auf. Er schnappt Andreas Arm und zieht sie aus dem Zimmer. Sie verlassen das Motel, also es ist 1.30 Uhr nachts und sie steigen wieder ins Auto und fahren weiter. Stundenlang, bis sie dann um 5 Uhr morgens in einem anderen Hotel in Rica, das liegt in Kalifornien, anhalten. Und zwar ist das deshalb erforderlich, weil es Probleme mit dem Öl von Andreas Auto gibt. Edwin beschließt, das Auto eines anderen sich zu besorgen. Er versucht, das Auto eines 73-jährigen Mannes mit dem Namen Jack Levy zu stehlen. Er möchte einfach nur weiterfahren und das Auto haben. Aber dieser Jack, der ist lange nicht so kooperativ. Er weigert sich, das Auto herauszugeben. Er schreit laut um Hilfe. Und die Folge davon ist, dass Edwin Jack in den Bauch schießt. Edwin flüchtet daraufhin, ohne das Auto, aber mit Andrea. Jack wird glücklicherweise schnell ins Krankenhaus gebracht und er holt sich schließlich von seinen Verletzungen. Also er hat ihn zum Glück nicht ermordet. Edwin allerdings hat immer noch kein Auto. Er braucht immer noch ein Auto. Und daraufhin stiehlt er an einer Tankstelle das Auto von einer Familie. Und zwar von einer 76-jährigen Frau. Die sitzt da drin. Die ist mit ihren zwei Enkeln im Teenager-Alter unterwegs. Er zwingt einen von diesen Jungen, also von diesen Teenagern, zu fahren. Er bedroht sie alle die ganze Zeit mit der Waffe. Diesmal allerdings weiß die Polizei relativ schnell, dass hier jemand ein Auto geklaut hat, dass hier jemand Menschen entführt hat. Denn schon um 5.05 Uhr erhält sie einen Anruf von einem Mann an der Tankstelle, der ihnen mitteilt, dass sein Auto mitsamt seiner Familie geklaut worden ist. Offenbar sind die vielen Geiseln aber dann auch für Edwin zu viel und er bleibt stehen. Also er sagt dem Jungen, er soll anhalten und schmeißt die Geiseln quasi aus dem Auto. Er sagt, steigt aus. Die bleiben auch alle unverletzt. Das heißt, die ältere Dame und die Teenager sind jetzt zum Glück raus und aus der Gefahr. Das gilt allerdings nicht für Andrea, denn die ist immer noch mit in dem Auto. Und das ist gar nicht gut, denn einer von den Teenagern sagt nachher den Polizeibeamten, die kommen, dass Edwin ihm gesagt hat, dass er den Drang hat zu töten. Denn dieser Mann ist richtig gefährlich. Und ein bisschen dumm ist er auch, würde ich sagen. Denn als nächstes hat er die glorreiche Idee, dass er ein Video aufnehmen möchte und das tut er mit Andreas Handy. Das heißt, er fordert ihr Handy von ihr und dreht ein Video. Und darin gesteht er den Mord an dem Mädchen in Oregon. Er sagt nicht mal ihren Namen, obwohl ich könnte mir gut vorstellen, dass er den gar nicht kennt. In dem Video sagt er dann auch, dass er es bereut, dass er sie getötet hat. Gleichzeitig aber spricht er darüber, dass sie nicht aufgehört hat zu schreien. Er sucht also nach Ausreden. Er sagt dann, sie hat sich gewehrt, sie hat geschrien und er wollte den Kampf offensichtlich beenden. Und deshalb hat er sie getötet. Außerdem sagt er in diesem Video noch, dass es Andrea gut geht und dass es ihr auch weiterhin gut gehen wird, weil sie alles getan hat, worum er sie gebeten hat. Und naja, er setzt natürlich voraus, dass sie das weiterhin tut. Danach zwingt er Andrea, dieses Video auf ihrer Facebook-Seite zu posten. Er hat auch den Titel im Sinn, der lautet nämlich Mörder auf freiem Fuß. Stellt euch mal vor, ihr seht plötzlich auf der Facebook-Seite von eurem Freund, von eurer Freundin, von eurem Bekannten so einen Post, so ein Video. Viele überlegen, ob das ein blöder Scherz ist, aber ich glaube, die meisten verstehen den Ernst der Lage und sehen, dass Andrea in richtiger Gefahr ist. Was genau war daran jetzt so dumm? Naja, das mit dem Video, darüber könnte man vielleicht diskutieren, ob das eine super gute Idee war. Das Dumme ist allerdings, dass ein Polizist auf der Autobahn Edwin gesehen hat, der erstens mit Handy am Steuer unterwegs war und zu schnell war er auch noch unterwegs. Daraufhin versucht dieser Polizist, der keine Ahnung hat, wen er da im Auto vor sich hat, der keine Ahnung hat, was die Situation in diesem Wagen ist, aber er sieht, der fährt zu schnell, also will er den aufhalten. Edwin allerdings bleibt nicht stehen, er fährt davon. Der Polizist verfolgt ihn, er ruft natürlich auch Verstärkung. Irgendwann sind dann viele Polizeiotos hinter ihm her und nicht nur das, auch ein Polizeihubschrauber fliegt über ihm her, er wird aufgefordert, per Megafon anzuhalten. Und da wählt er den Polizeinotruf. Als dort jemand abhebt, da sagt er dann, dass er sich stellen wolle. Er sagt, er ist der Mann, der in dem Auto auf der Autobahn unterwegs ist und von der Polizei verfolgt wird. Er sagt aber auch, dass er wegen Mordes in Oregon gesucht wird und dass Andrea bei ihm im Auto ist und dass die völlig unschuldig ist. Ist ja fast noch nett von ihm, dass er zumindest das klarstellt. Er sagt, dass er sie in Oregon entführt hat und er sagt den Beamten, dass sie doch bitte nicht zu grob mit ihm umgehen sollen, weil er hat Asthma und er kann kaum noch atmen. Er bittet sie außerdem, dass sie ihn bitte, bitte nicht erschießen, weil er will noch nicht sterben. Ja, da geht er wieder mal mit mir durch, der Sarkasmus, aber wie lächerlich ist das denn? Also nach all dem, was er getan hat, das soll er sich doch bitte nicht so anstellen, oder? Sein Plan funktioniert allerdings, er bleibt dann stehen, er fährt rechts ran, er ergibt sich den Polizeibeamten, die ihn da verfolgen und dann auch festnehmen. Die erfüllen ihm seinen Wunsch auch und erschießen ihn nicht. Die arme Andrea wird jetzt endlich erlöst, die hat stundenlange Qualen durchgemacht, die zusehen muss, wie sich all diese Schießereien, die Entführungen abspielen, die fast von dem Kerl sexuell missbraucht worden ist. Aber sie bemüht sich und offensichtlich ist sie eine sehr besondere, ruhige Frau. Sie schafft es, ruhig zu bleiben und so passiert ihr erstmal auch nichts. Also das hätte ja auch schief gehen können, auch wenn der jetzt sagt, ja, die kann nichts dafür, die ist ein Opfer. Sieht das die Polizei auch so, wenn die sich bedroht sehen, könnte in die Hosen gehen. Das heißt jetzt aber nicht, dass alles gut ist für Andrea. Das Chaos für sie endet zu dem Zeitpunkt nämlich nicht. Stattdessen wird sie, obwohl Edwin klar gesagt hat, dass sie ein Opfer ist, erstmal in Handschellen gelegt, wie eine Kriminelle behandelt und wegen des Verdachts auf versuchten Mord und Entführung verhaftet. Also ja, natürlich kann man das verstehen, warum das so ist. Die müssen auch auf Nummer sicher gehen, die wissen auch nicht die Situation, die wissen die Hintergründe nicht. Andererseits, oh, da wird die endlich befreit da aus den Fängen. Die ist total übernächtig, die hat ja auch nicht geschlafen, die hat ja eine Zwölf-Stunden-Schicht, dann ist sie durchgefahren, dann diese ganze Aufregung, die ganze Angst, die sie gehabt haben muss. Und jetzt steht sie auch noch da und die sagen, hey, du bist aber die Komplizin, oder? Schwierig, finde ich. Das Ganze wird sich natürlich aufklären, aber im ersten Moment sehr unangenehm. Es ist jetzt also der 26. Juli 2016 und Edwin Lehrer wird verhaftet und von der Polizei befragt. Und was soll ich sagen, er steht jetzt natürlich immer noch nicht dazu, was er getan hat. Er sagt, er hätte Kaylee aus Versehen getötet. Er sagt, er hätte sie auf dem College Parkplatz mit seinem Auto angefahren, weil sie schwarz gekleidet gewesen ist und er sie nicht gesehen hat, es war ja dunkel. Und das stimmt offensichtlich auch mit dem überein, was er zu seiner Frau gesagt hat. Dann aber berichtet er, dass er sie geschlagen hat und dass sie dann begonnen hat zu schreien. Als sie nicht aufgehört hat, hat er sie erwürgt und dann in einen Graben geworfen. Er wird natürlich mehrmals befragt und er ändert diese Geschichte ein paar Mal. Einmal sagt er sogar, dass er sie mitgenommen hat, weil er gedacht hat, sie wäre eine Sexarbeiterin. Also ihr seht schon, man muss das mit ein bisschen Vorsicht genießen, was er da erzählt. Und naja, der Einzige, der wirklich weiß, was genau passiert ist, ist auch Edwin. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass er uns nicht hundertprozentig die Wahrheit sagt. Erkennt man ja schon daran, dass er seine Geschichte immer wieder ändert. Dann sagt er, er hat sie eben auf dieser College Road gesehen und sie mitgenommen. Und es scheint ziemlich sicher zu sein, dass Kayleigh bei ihm dann irgendwie im Auto gelandet ist. Einerseits, man könnte jetzt fragen, warum steigt die auch einfach in so ein Auto ein? Aber man muss bedenken, der Typ war Wachmann auf dem Campus, wo sie studiert hat. Vielleicht hat sie ihn sogar gekannt, vom Sehen zumindestens. Vielleicht hat sie sich gedacht, es ist sicherer, sich von diesem Sicherheitsbeamten, von dem Wachmann heimfahren zu lassen. Vielleicht hat er das ja angeboten, sicherer als nachts im Dunkeln alleine weiter herumzulaufen. Sie hat den Streit mit ihrem Freund, sie ist auch ein bisschen betrunken. Nicht übermäßig, glaube ich, aber doch ein bisschen angeschwipst. Sie scheint also zu ihm ins Auto gestiegen zu sein. Wobei, wir wissen nicht, was genau passiert ist und da waren Haare und Blut an seiner Stoßstange. Für mich bleibt die Frage offen, wie die dann dort hingekommen sind. Sobald Kayleigh dann aber, wie auch immer und warum auch immer, in seinem Auto drinnen ist, verriegelt Edwin die Tür. Er zwingt sie, ihm ihre Handtasche und ihr Telefon zu geben. Er fährt zu einem Parkplatz, wo angenommen wird, dass er sie dort sexuell missbraucht hat. Und danach versucht er, sie zu erwürgen. Und am Ende schlägt er ihr auch noch mit einem Stein auf den Kopf. Er verstaut ihre Leiche danach im Kofferraum von seinem Auto und fährt sie an einen Ort, wo er davon ausgeht, dass sie wahrscheinlich nicht gefunden wird. Er sagt dem Beamten dann allerdings auch, wo sie die Leiche finden können. Kayleigh hat er in einer Schlucht in der Gegend von Redmond in Oregon entsorgt. Und das nicht einmal mit Vorsicht oder so. Also einer der Polizeibeamten sagt dann sogar, man hat von der Leitplanke aus sogar Kayleys Schulter gesehen, die da in einem Busch gelegen hat. Und er hat sie nicht mal mit irgendwas zugedeckt oder so. Also auch keinerlei Zeichen von Reue oder irgendwas. Die Autopsieergebnisse ergeben, dass die Todesursache stumpfe Verletzung gewesen ist. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass sie gewürgt worden ist. Und natürlich, wie zu erwarten, es gibt Anzeichen dafür, dass sie sexuell missbraucht worden ist. Auf dem Parkplatz findet die Polizei dann auch Schleifspuren mit Blut, die einen Hügel hinauf zu einer Stelle im Gebüsch führen. Dort finden sie noch viel mehr Blut. Und Blut wird, wie gesagt, auch im Kofferraum von seinem Auto gefunden. Das heißt, sie muss richtig stark geblutet haben. Das heißt, wir haben so eine ungefähre Geschichte, die Edwin gestanden hat, auch wenn einiges nicht so wirklich zusammenpasst und er immer wieder neue Details hinzufügt oder weglässt. Allerdings dieses Geständnis, da gibt es auch noch ein Problem. Es heißt dann, dass es erpresst worden ist. Es heißt, dass er um einen Anwalt gebeten hat, dass er aber keinen bekommen hat. Und das ist natürlich ein Problem für den Prozess. Für seinen Verteidiger ist das auf jeden Fall ein gefundenes Fressen. Und er plädiert erstmal auf nicht schuldig. Auch etwas, was schwer zu verstehen ist, warum begehen die Ermittler so einen blöden Fehler? Also die Regelungen da, die gibt es ja nicht erst seit gestern, dass man einen Anwalt stellen muss, wenn der nach einem fragt. Also das sieht man in jeder amerikanischen Krimiserie. Die sollten das eigentlich wissen. Das heißt, er begänzt sich erstmal nicht schuldig. Allerdings, zum Glück muss man sagen, akzeptiert er später einen Deal, um die Todesstrafe zu vermeiden. Wir können daraus vielleicht schließen, dass der Fall doch ein bisschen auf wackeligen Beinen steht. Und er und sein Verteidiger wollen nicht davon ausgehen, dass sie mit diesem nicht schuldig durchkommen. Und ja, wenn nicht, dann steht natürlich die Todesstrafe zumindest auf der Agenda. Das heißt, er bekennt sich jetzt schuldig, um die Todesstrafe zu vermeiden. Und damit kann er zumindest verurteilt werden, ohne dass die Staatsanwaltschaft aufgrund von diesem nicht verwertbaren Geständnis das Risiko eines Freispruches eingeht. Sprich, Edwin Lehrer bekennt sich nur des schweren Mordes und des Raubes für schuldig. 2018 findet dann die Anhörung zur Strafbemessung statt. Und Edwin bestätigt zu diesem Zeitpunkt, dass er Kayleys Geldbörse ohne Zustimmung und unter Zwang genommen hat. Und was natürlich schwerer wiegt, dass er ihren Tod absichtlich herbeigeführt hat. Dann gibt er zu Versuch zu haben, sie zu erwürgen, als sie sich gewehrt hat. Bei dem Prozess kommen auch Angehörige des Opfers zur Sprache. Die dürfen da ja auch immer noch ihr Wort an den Verurteilten richten. Julie, also Kayleys Mutter, sagt zu ihm was, was mich irgendwie beeindruckt hat. Nämlich, sie sagt, ich werde immer die Mutter eines Mordopfers sein. Aber deine Mutter, die wird immer die Mutter eines Mörders sein. Finde ich gut. Ich weiß nicht, welches Verhältnis der gute Edwin zu seiner Mutter hat. Aber wenn ihm irgendwas an ihr liegt, dann müsste das meiner Meinung nach ihn doch getroffen haben. Kayleys Großvater Jim, der ist da weniger subtil. Er fügt hinzu, dass die Familie erstens wollte, dass Edwin zum Tode verurteilt wird. Und er sagt ihm klipp und klar, dass er ein Stück menschlicher Abfall ist, der, wie er selbst zugegeben hat, seine Enkelin für immer zum Schweigen bringen wollte. Aber nicht nur die Angehörigen dürfen hier noch was dazu sagen, sondern auch der Angeklagte hat das Recht, vor Gericht zu sprechen und sich an die Angehörigen zu wenden. Er gibt an, den Schmerz gesehen zu haben, den er verursacht hat. Er zeigt sich offenbar nun doch reumütig. Er sagt, allmächtiger Gott, der du im Himmel bist, bitte heile die Herzen all der gebrochenen Menschen dieser Gemeinschaft. Ich bitte dich, heile die Herzen dieser Familie und lass Kaylee Sawyer in Frieden ruhen. Was soll ich sagen? Ich halte es mal mit Goethe. Die Botschaft höre ich wohl. Allein fehlt mir der Glaube hier. Aber wer weiß. Letztendlich muss er sich das mit seinem Gott ausmachen. Er wird aber erst mal zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Im Jahr 2019 erhält er dann eine zweite lebenslange Haftstrafe und zwar für die Entführung von Andrea. Und die Strafe ist sogar höher als in den Urteilsrichtlinien empfohlen. Also der zuständige Richter hat den Strafrahmen in diesem Fall um sechs Stufen erhöht. Der Grund dafür ist, dass Edwin, Zitat, als einer der gefährlichsten Männer, die ich jemals durch dieses Gerichtsgebäude gehen habe sehen, angesehen wird von diesem Richter. Kayleys Familie hat im Juli 2019 das Central Oregon Community College verklagt. Als Grund dafür hat sie angegeben, dass Kaylee sich nur deshalb von Edwin habe mitnehmen lassen, weil er zu der Zeit dort gearbeitet hat. Die Anwälte der Familie argumentieren, dass es auch eine Reihe von Warnsignalen gegeben hat, die bei Edwin ignoriert worden sind. Seine Kollegen hätten nämlich einige ziemlich seltsame Verhaltensweisen bei ihm bemerkt. Die hätten gemeldet werden müssen, die hätten Konsequenzen haben müssen. Also offenbar hat er eine offene Faszination für Leichen gehabt. Und er hat den Leuten wohl sogar Nacktfotos und pornografische Videos gezeigt, auf denen er selbst und eine andere Frau zu sehen sind. Also eine andere Frau, nicht Isabel, seine Ehefrau. Eine Mitarbeiterin hat sich wohl geweigert, mit ihm im Auto mitzufahren, weil sie sich bei ihm unwohl gefühlt hat. Und in einem Fall hat er wohl eine Kollegin sogar an eine Wand gedrückt. Also wirklich sexuell bedrängt. Ob das alles Anzeichen dafür sind, dass er einen Mord begehen würde und dass er so ausrasten würde, dass er so eine ganze Serie an Verbrechen begeht, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Andererseits ist so ein Typ als Sicherheitsbeamter, als Wachmann eines Colleges ganz sicher fehl am Platz. Insofern hat die Familie nicht ganz Unrecht. Das Central Oregon Community College jedenfalls hat sich schließlich bereit erklärt, eine Entschädigung in der Höhe von 2 Millionen Dollar zu zahlen. Und das ist offenbar das Maximum, das der Staat erlaubt, wenn keine Schuld zugegeben wird. Das heißt, die haben wohl gesagt, wir können da nichts dafür. Wir sehen die Schuld nicht bei uns, aber aus Kulanz zahlen wir trotzdem. Kayleys Vater und ihre Stiefmutter, die setzen sich nach der Verurteilung für die Einführung von einem neuen Gesetz ein. Und das wird auch im Staat Oregon verabschiedet. Es enthält die Vorschriften, die Änderungen für Sicherheitsbüros auf dem Campus bedeuten. Und zwar soll das im Grunde genommen sicherstellen, dass die Uniformen und die Ausrüstung der Sicherheitsbeamten nicht mehr so aussehen wie die von Polizisten. Und die Streifenwagen der Campusbehörde haben jetzt auch keinen Trennkäfig mehr zwischen den vorderen und den hinteren Sitzen. Außerdem sind jetzt umfassende Hintergrundüberprüfungen und psychologische Tests für das Personal vorgeschrieben. Ich weiß nicht, ob irgendwas davon Kaylee in irgendeiner Weise hätte helfen können. Ich nehme an, dass sie gewusst hat, dass es kein Polizist ist, sondern dass sie beim Sicherheitsbeamten des Colleges ins Auto steigt. Aber vielleicht hilft es ja in Zukunft jemand anderen und hat das Potenzial, ein weiteres Verbrechen zu verhindern. Von euch möchte ich jetzt noch wissen, ob ihr denkt, dass das alles eventuell nicht passiert wäre, wenn dieser übereifrige Freund von Cameron nicht diese Textnachricht schicken hätte müssen, dass er Kaylee gesehen hat, wie sie mit einem anderen Mann tanzt und was ihr davon haltet. Sollte man sowas verraten? Muss man sowas verraten? Ist man loyal dem Freund gegenüber? Sind diese Konsequenzen, die das gehabt hat, halt einfach nur Pech und dumm gelaufen? Und natürlich möchte ich von euch wissen, was denkt ihr über diesen Edwin? Denkt ihr, dass er total ausgerastet ist? Also, dass er Kaylee gesehen hat, sie zu sich ins Auto gelockt hat, wie auch immer. Also, ich vermute ja tatsächlich, dass sie ihr angeboten hat, sie nach Hause zu fahren, damit sie nicht hier im Dunkeln in irgendwelchen Gefahren ausgesetzt worden ist. Denkt ihr, dass er geplant hat, sie zu töten? Also, wir haben ja gehört, er hatte eine Faszination mit Leichen, er hatte dieses Schulprojekt, was auch immer das ist, was ich übrigens total krass finde. Welcher Lehrer nimmt denn so ein Schulprojekt an? Aber okay, denkt ihr, es war ein Unfall, kann man ja nicht sagen, aber in der Hitze des Gefechts? Oder denkt ihr, dass er seine Fantasien hier ausleben wollte und dass er auch dann auf der Flucht war, um weitere Verbrechen auszuüben? Oder dass er einfach nur halt weg wollte und dabei alles in Kauf genommen hat und alles riskiert hat? Ich bin schon neugierig, das sind viele Fragen, die mir in diesem Fall jetzt offen bleiben. Und falls ihr jetzt zufällig noch nicht genug von mir habt und noch ganz viele Videos sehen wollt, ich wollte es euch nur sagen, es gibt eine Playlist, auf der könnt ihr alle Videos angucken, die heißt Alle Videos zum Suchtgucken. Da könnt ihr ohne Unterbrechung alles durchschauen, solange ihr möchtet. Ich würde mich freuen, ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt True Crime Time. Bis dann, ciao! Bis dann! Bis dann! Bis dann!